Ein gefährlicher Job. 50.000 Dollar dafür, dass ich meinen Bruder einen Tag lang vertrete. Aber die Spesen gehen separat. Schießereien, Schlägereien, Verfolgung. Keiner will sie umbringen. Die Männer, die hinter ihnen her sind, wollen sie leben. Keine Sorge, denen ist mein Leben zu kostbar. Die werden mich nicht anrühren. Joachim Fuchsberger. Feuer frei auf Frankie. Auf das vierte. Klasse Krimis. Krimis.